Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Rengeratens. Wie die letzten beiden Tage schon angekündigt kommt es ein bisschen später, aber morgen kommt es wieder pünktlich. Und darum würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Gucken mal, was wir so für Ränge haben. Ich mag das Messer übrigens. Erinnert mich an die alten CS-Teile. Hat jemand nicht damit gerechnet, dass er die Kills erholt. Grund von dieser Reaktion will ich auch nicht sagen, dass es so eine ewig hohe Elo ist. Er hat glaube ich Mg2 gesagt. Oder sogar MgE. Ich hatte ihn noch so überlegt, aber ich dachte, komm, ich nehme mal ausnahmsweise nicht die Mitte. Super komisch, dass der Ton nicht synchron ist. Er hemmt auf jeden Fall schön die Kanten ab da. So, gut auf Kopfhör drauf. Hat er auch die Headshots da gut gedrückt. Heckt das Laufen an, switcht sogar noch die Seite da. Hat er gerade auch in großen Winkel gehalten. Boah, das ist ein ganz schön risky Plan, ne. Okay, wenn er da wirklich campen möchte. Er hat die Tor, glaub ich, zugemacht. Das Glas zerbrechen, hat er gehört. Ist ein bisschen komisch, dass er nicht da oben hinguckt. Ich meine, die Chance, dass er wirklich durchs Glas geht, ist sehr gering. Oh wait, das ist... Das ist noch hier aus der alten Operation, oder nicht? Aus der ganz alten, alten. Wann war die? 2021? Kommt das hin? Die hab ich super lange dran gehangen. Hehehe. Auf jeden Fall echt gut gemacht. Gibt immer auch einfach Global. Also, er hat nichts auszusetzen, bis auf diese eine Kante, die so ein bisschen offen geämpft war. Und da, wie gesagt, das... Oder ich fand's ein bisschen komisch, dass er nicht zumindest einmal hochgeguckt hat, wo das Glas über ihm zerbrochen ist. Aber die Chance, dass der Gegner da wirklich rauspickt, ist halt echt gering. Hey Rush. Hey, Squeaky, 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 Squeaky. Sehr schön. Holy shit. Sehr schön. I don't know how you get this. Hey, Squeaky, 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 Squeaky. Das war halt auch gut gespielt. Aber ich finde, da hat man so leicht auch beim Schießen vom Movement her der Maus auch so gemerkt. Das war nicht ganz Global Niveau. Hätte, glaub ich, tatsächlich Richtung LEM gesagt. War sogar nur MGE. Aber dafür hat er stark gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Ja, damit haben wir... Äh, wir bilden hier immer mehr so eine Kurve. Hui. Mein ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt gehen wir mal direkt rein bei LOL. Warte mal, wen haben wir denn alles? Timo Support. Und Nasus hat wohl schon ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Aber langsam sollte das Matchup sich tören. Und bitte irgendwer den Ward da pingen vom Gegner-Team. Das triggert mich. Ich möchte die 5 Gold haben. Okay. Äh... War jetzt... Weiß ich nicht. Nichts so krass Besonderes. Ist halt... Oder hat halt die Lux gesehen, wie sie da rüber moved. Weiß nicht, ob es geplant war, den Stun mit dem Flash zu dodgen. Oh wait, das... Hat sie den Stun da reingeworfen, oder war das nur ihre E? Schaff das nicht ganz. Aber ich hätte nicht höher als Gold gesagt. Ist sogar auch eine Bronze. Hätte vielleicht aus Silber runter gehen können. Ah ja, ja. Weiß er nicht. Wrongs hätte ich auf jeden Fall nicht gesagt. Der Geo-Dreieckmann... Der macht Sachen, die sonst keiner kann. So ist Midlane-Velkos. Ich habe mich nämlich gerade noch gefragt. Warte mal, wie kann denn ein Velkos da, wenn er Support ist, so überlevelt sein? Ja, aber halt auch nichts Besonderes, ne? Ja... Können vielleicht mal so gucken... Kiana Top... Okay. Ist auch einfach Silber. Nein, diesmal ist es natürlich Gold. Okay, jetzt müssen wir noch einen Stand kriegen, um unsere Streak aufrecht zu halten. Yasuo gegen Yonee. Matchup sollte eigentlich langsam für Yonee besser sein. Das war natürlich jetzt Unlucky. Mal kurz gucken... Hat er seinen Tornado noch ab? Beziehungsweise hat er jetzt gekriegt. Das hat der Yasuo halt echt gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Wir haben eine I für Support. Ich glaube, ich hätte wieder was Richtung Gold gesagt. Na, Silber. Aber, wichtig, wir haben unsere zwei Sterne voll. Die Streak fängt an. Und ich werde versuchen, sie zu halten. In dem Sinne verabschiede ich mich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit. In dem Sinne, haut rein und bis morgen... Tschüs. Vielen Dank.